Oh, hallo! Willkommen zurück zu Nintendo Batch-A-Card! Heute ist der letzte Tag des Mondes und jetzt liegen einige Veränderungen in der Luft. Ja, ich habe schon bei den Mitteilungen, gerade beim Breites gesehen, da kommen ja immer so Mitteilungen von oben am unteren Bildschirm, dass bei Nintendo Batch-A-Card irgendwas sein wird. Okay, ja, bald ist ja Dezember, morgen schon. Oh, ich freue mich schon so auf Weihnachten. Bestimmt er auch schon. Mal sehen, was zu Weihnachten hier im Casino los ist. Bevor wir alles unten sind, dachte ich mir, es wäre doch nett, einige Magen zu spartun, von diesem Monat ein neues Verfitbar zu machen. Okay, das sind, glaube ich, diese Aufmutzungen da. Finde ich eigentlich nicht schön. Ob groß, ob klein. Ob tittenfist, ob minz. Es ist für jeden etwas dabei. Hier, die erste Runde geht auf mich. Das fängt ja schon mal sehr gut an. Viel Spart. Das fängt sehr gut an, meiner Meinung nach. Es ist schade, dass ich morgen leider keinen Part aufnehmen kann. Naja, hat leider einen Grund. Bin wieder in Wien. Aber heute mache ich noch einen Part. Okay. Oh, die sind aber auch schön, diese Mario-Marken. Okay, aber die sind etwas zu schwer zum rausholen. Ich würde so gerne einen von denen da kriegen, aber ich glaube, die sind zu schwer. Ja, was haben wir noch schönes? Okay. Ja, die Animal Crossing-Marken. Mario Kart-Marken. Oh, wie, die sind nur noch heute? Moment. Und was ist mit den Splatoon-Marken? Wie sieht es bei denen aus? Okay, bei denen ist auch noch der letzte Tag. Dann hole ich mir aber lieber Mario Kart-Marken. Ich frage es nur, welche. Kriege ich überhaupt noch jemanden raus? Wollen wir mal sehen. Vielleicht ein Baby. Hier, Baby Luigi. Oder? Oh nein. Komm, hol ihn raus. Ja, ob das was wird? Ja, na bitte. Baby Luigi habe ich zumindest rausgezogen. Na bitte. Ja, der wird sie bestimmt gut machen. Wo könnte ich ihn hin tun? Voll die Kuperlinge! Dann sieht es aus, als würden sie den armen Baby Luigi verfolgen. Ich finde das trotzdem unlogisch. Ich meine, Luigi und Baby Luigi im gleichen Spiel? Ist irgendwie unlogisch, oder? Naja, aber es gibt ja mittlerweile sogar schon Baby Rosalina. Ja, da seht ihr sie ja eh. Oh Gott. Da gibt es ja wirklich. Ich glaube, ich habe es in einem der letzten Parts erzählt. Es gibt ja noch Baby Todd und Baby Ludwig exklusiv in der Mario Bros Serie. Baby Donkey Kong und Baby Mario exklusiv in Yoshi's Island. DS. Und ein paar Mario Kart exklusive Babys. Naja. Ist echt witzig interessant. Okidoki. Gut. Farbalarm. Viel Spaß beim Üben. Ok. Das sieht leicht aus. Da hole ich mir viel raus. Das sehe ich jetzt schon. Fangen wir mal an mit dem da. Ist schon wirklich der November. Ach, die Monate gehen doch weg wie nichts, oder? Was sagt ihr dazu? Ein Glück ist noch reingefallen. Die Monate gehen doch sehr schnell zu Ende. Was sagt ihr dazu? Also ich finde schon, ich habe es eh glaube ich schon mal in dem Let's Play erwähnt. Der erste Monat der Jänner in diesem Jahr, der kam mir extremst lang vor. Extremst lang sogar. Ok, jetzt ist es da reingefallen. Naja, geht auch so. Der Jänner kam mir extrem lang vor. Der Februar dann extremst kurz. Aber vermutlich auch, weil da was passiert ist. Möchte ich jetzt nicht so genau drauf eingehen. Dann März, April und Mai. Die waren auch recht schnell, aber sie gingen halbwegs noch. Ok. Fallen alle irgendwie nicht so rein, wie man es sich gerne vorstellt. Ok, dann holen wir uns mal den da. Ich glaube diesmal werde ich leider nicht alle rausholen können, oder? Ich warte, das wäre eh ok gewesen, wenn er da reinklungen wäre. Naja. Gut. Ja, na bitte. Wenigstens fallen sie rein. Ok. Und noch das Inkling-Mädchen. Das kommt mir irgendwie verdächtig vor, wenn ich das raushole. Das liegt da irgendwie so. Naja. Darin bin ich schuld. Aber es kommt mir irgendwie so vor, als wäre das eine Gratisrunde Marke. Na bitte. Alle habe ich leider nicht rausgeholt, aber besser als gar nichts. Was soll ich gerade sagen? Ja, und... Ja, die Sommerferien waren diesmal eigentlich recht schnell. Und... Na tolle Wurscht. Am letzten Tag mit den Splatoon-Marken... ...habe ich jetzt keine einzige rausholen können. Na toll. Hm. Naja, aber der Baby Luigi ist eh schöner. Okidoki. Echt schade, dass ich ihm... ...dass ich jetzt nichts rausholen konnte. Eh, aber das waren doch die zwei von den Nachrichten gerade. Naja. Schade, ich habe jetzt nichts rausgeholt. Doof, doof. Ok, genau. Baby Luigi vor die Kuperlinge. Das sieht so aus, als würden sie ihn jagen. Versteht ihr? Ok, und... Hallo? Hallo? Ich möchte ihn gerne rausziehen. Rausziehen. Oh Gott. Mal sehen, ob... Hallo? Hallo? Na bitte, endlich. Na bitte! Die Kuperlinge sind wieder mehr! Schnell, schnell, schnell! Ach, lustig. Naja. Ok, das war dann, wie gesagt, der letzte Part für den Monat. Morgen gibt's, wie gesagt, leider keinen Part. Naja. Aber wann wieder? Keine Ahnung. Aber ich bin schon sehr gespannt auf das Dezember-Sortiment.